Hi, ich bin der Micha. Ich studiere in Wohlenheim und ich bin ganz frisch hier eingezogen in die WG. Deswegen bin ich selber noch gespannt, wie sich das alles entwickelt und was mich alles erwartet. Ich bin Jakob. Ich studiere Chemie, wie man sieht. Ich finde es mega cool, in der Api-WG in Bernhausen zu wohnen, weil wir hier einen Unterschied machen wollen im Sozialraum Bernhausen. Was heißt denn Apis Bernhausen? Apis Bernhausen heißt, den Sonntagstreffen bestimmt gemeinsam mit den Apis in Bernhausen zu machen. Zum Beispiel musikalisch, wie ich mich einbringe oder auch in der Auslegung. Genau. Hallo ihr da draußen. Ich bin Debbie und ich beginne jetzt gerade mein duales Studium an der Dualen Hochschule in Stuttgart und bin mitbeteiligt an der Projektentwicklung hier in Bernhausen. Wir möchten ein Freizeitangebot unter der Woche und am Wochenende entwickeln und dann das Gestalten für Menschen mit und ohne Behinderung, damit sie Teil der Gesellschaft und Teil der Abi-Gemeinschaft werden und sich einfach akzeptiert und angenommen fühlen. Und zusätzlich kümmern wir auch mehr Lernunterstützung für Familien, jetzt gerade in der Corona-Zeit, aber auch fortwährend danach an, damit wir dort im Alltag unterstützen können. Herzlich Willkommen zu Wie binde ich einen Türkranz? Spaß! Ich will euch nicht wirklich erzählen, wie ihr einen Türkranz binden sollt, sondern wie sehr ich die Gemeinschaft hier in der WG schätze. Wenn ich nach einem stressigen Arbeitsalltag nach Hause komme, ist es für mich so schön, mit den Leuten noch einen Film zu schauen oder auch zu beten. Einmal in der Woche haben wir WG-Abend, dort haben wir Gemeinschaft und so eine Art Hauskreis, wo es uns einfach wichtig ist, aus Gottes Wort zu hören und natürlich etwas zu essen auch nicht geben. Und jetzt freue ich mich, meine Stärken in den entstehenden Projekten einzusetzen. Ich komme aus Schwarzwald, also ich komme aus Madagaskar, bin jetzt seit drei Jahren hier in Schwabenland und ich bin seit Januari in der WG. Ich helfe euch hier beim Jungen Jungschar bei der Artis mit. Hallo, ich bin Susanna und studiere Soziale Arbeit hier in der Dualen Hochschule in Stuttgart und bin auch für den Projektaufbau hier in Wernhausen zuständig. Gemeinsam mit den vielen coolen, jungen Leuten hier aus der WG haben wir schon eine Kooperation mit der Hupenacker Grundschule gestartet, hier direkt in unserer Nachbarschaft, wo wir einfach die Lehrer unterstützen bei den Lernzeiten, wo Mittagsbetreuung und so Kontakt zu den Kindern aufbauen können. Und zusätzlich auch mit dem evangelischen Jugendwerk hier in Wernhausen bieten wir Nachmittags AGs an, wo wir einfach auch den Kindern Gottes Wort näher bringen dürfen. Ja, wir sagen uns sehr, sehr gerne. etwas 3 2 2 2 4 5 5 Untertitelung des ZDF, 2020